Dieser Trick zeigt dir, wie kaputt deine Haare sind. Wir müssen das sofort testen. Ich bin so aufgeregt. Wenn man die Haare nämlich so nach oben hält und die nach oben zeigen, dann sind die kaputt. Also das müsste ich jetzt abschneiden. Damit kann ich noch leben. Okay, immer noch. Ich mache jetzt mal hier. Okay, wenn die so runtergehen, dann sind die gesund. Also muss ich eigentlich nur so das abschneiden. Wie krass. Was kommt bei euch raus?